ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen technischen marktupdate den risikonweis gibt es natürlich wie immer vorab gerne mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handels empfehlung ausspreche es geht direkt rüber in die xstation wir fangen heute mal mit dem bitcoin an die kryptowährung versucht jetzt nach oben aus der kurzfristigen seitwärts range auszubrechen und zwar wird die folgendermaßen definiert wir haben hier viele bürgspunkte bei 26.600 dollar beziehungsweise drei fehlausbrüche in folge und wir haben die obere grenze bei 27.600 dollar und diese obere grenze wird in dieser woche getestet das heißt wenn der markt nach oben ausbrechen sollte könnte von vielen händlern das als beginn eines neuen aufwärts impuls interpretiert werden aktuell sieht das auch ganz gut aus aber wir sind im wochenchart daher muss das ganze natürlich auch dann ende der woche bestätigt werden insgesamt also im großen bild haben wir natürlich noch einen intakten aufwärts trend und trend fortsetzung würde bedeuten dass wir dann auch nochmals bald neue jahres hoch sehen der nasdaq future der steigt bereits seit 1 2 3 4 5 wochen in folge und hat dabei den höchsten stand seit 14 monaten erreicht die rallye könnte sogar noch ein bisschen weitergehen und zwar bis mindestens 14.658 punkte warum das erkläre ich unter anderem in meinem video von heute morgen den link gibt es unten in der beschreibung schaut da auf jeden fall mal rein das übergeordnete kursziel ist aber hier oben zu finden weil das eben ein wichtiges zwischen hoch gewesen ist von der langfristigen abwärtsbewegung kurzfristige unterstützung gibt es am ausbruchsniveau bei 13.959 punkten der dax future kämpft um eine rückkehr über die psychologische marke von 16.000 punkten in der vorwoche wurde ja zum fünften mal in folge ein wichtiger unterstützungsbereich verteidigt dort hat der markt also reagiert und das bietet die möglichkeit auf einen erholungsversuch beziehungsweise die möglichkeit auf ein neues rekord hoch auch hier trading ideen dazu gibt es in meinem video wir gehen aber auch rüber nochmal zum euro und zwar das euro dollar paar fällt jetzt seit 1 2 3 4 wochen in folge und jetzt wird die 107 marke getestet wenn der bereich verteidigt wird wäre das eben ein erstes positives signal und könnte vielleicht auf ja eine ja kurzfristige gegenbewegung hindeuten ansonsten könnte der markt relativ schnell in richtung 105 36 fallen da ist nämlich ein kurzfristiger boden gewesen nach dieser gegenbewegung im großen bild haben wir aber noch einen intakten aufwärtstrend und daher würde ich ist eben zu erwarten dass der markt oder dass der kurs eben dann auch irgendwann wieder zu steigen beginnt und vielleicht noch mal hier oben in diese hochs rein läuft um dann den trend auch zu bestätigen gold testet das tief bei 1900 und 34 dollar und diese letzte oder nicht letzte unterstützung aber diese wichtige unterstützung muss eben halten ansonsten könnte es nochmals deutlich ungemütlicher werden weil da könnte der markt dann ein theoretisch oder rein technisch gesehen sogar bis 1870 dollar fallen eine verteidigung könnte zumindest darauf hindeuten dass sich die lage technisch gesehen etwas entspannt die ölsorte wti hat jetzt in der vorwoche eine wichtige widerstandslinie respektiert und und zwar ist das das zwischentief bei 74 dollar hier gab es zwei annäherungsversuche dann der fehlausbruch und hier haben wir noch viele berührungspunkte bei knapp 71 dollar und 70 cent das wurde in der vergangenen woche als sprungbett genutzt und dann eben hier gab es dann den vor den test darauf aber letztendlich die handelsspanne verengt sich und wir brauchen jetzt eben ein ja ausbruch nach oben oder nach unten um ja einfach mehr klarheit zu bekommen und da könnte es dann relativ schnell in richtung 76 71 gehen oder vielleicht auch noch mal in richtung 65 wie gesagt konkrete trading ideen gibt es dazu in meinem video ansonsten wünsche ich einen viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020